Krise in der Bundesregierung. Dem Ampelbündnis droht die Auflösung. Die interne Lage in der Ampelkoalition der Bundesregierung ist angespannter denn je, als Ministerpräsident Olaf Scholz und stellvertretender Ministerpräsident Robert Habeck gemeinsam zur Solidarität aufriefen. Allerdings bringen tiefe Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Koalition zwischen der Sozialdemokratischen Partei, SPD, den Grünen, Grüne und der Freien Demokratischen Partei, FDP, die Koalition in eine schwierige Lage und führen dazu, dass die öffentliche Meinung die Existenz des Bündnisses infrage stellt, ist immer noch solide. Meinungsverschiedenheiten lassen sich nur schwer beilegen. Die Krise dreht sich hauptsächlich um zwei Hauptthemen. Das Haushaltsdefizit des Bundes und Maßnahmen zur Reaktion auf Wirtschaftskrisen. Die Spannungen eskalierten weiter, als Wirtschaftsminister Robert Habeck die Einrichtung eines nationalen Investitions- und Infrastrukturfonds vorschlug, während Finanzminister Christian Lindner eine Wirtschaftswende mit Anpassungen grundlegender Maßnahmen einschließlich eines Moratoriums für neue Regelungen und einer Reduzierung des Solidaritätszuschlags vollziehen wollte. Diese Schritte haben innerhalb des Bündnisses große Kontroversen ausgelöst und Ängste vor einer Spaltung geweckt. Vergleichen Sie mit der Geschichte des Scheidungsbriefs im Jahr 1982. Viele Beobachter vergleichen die aktuelle Situation mit der Krise von 1982, als die Koalition aus SPD und FDP unter Ministerpräsident Helmut Schmidt zerbrach, nachdem der damalige Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff einen Scheidungsbrief mit Vorschlägen für umfassende Wirtschaftsreformen auf den Weg brachte. Anschließend wurde Helmut Kohl von der CDU durch ein Misstrauensvotum Ministerpräsident. Kann sich die Geschichte im Rahmen der aktuellen Ampel-Allianz wiederholen? Anruf von Scholz und Habeck Ministerpräsident Scholz forderte in dieser angespannten Situation alle Bündnisparteien dazu auf, ihre Aufgaben pragmatisch wahrzunehmen und betonte, dass die Bündnisvereinbarung die Grundlage für ein gemeinsames Voranschreiten sei. Vizeministerpräsident Habeck betonte außerdem, dass dies instabile Zeiten seien und Deutschland eine stabile, funktionierende Regierung benötige, um die großen Herausforderungen in Europa zu bewältigen und warnte davor, dass die Gewerkschaftsorganisation möglicherweise nicht normal funktionieren könne, wenn sie nicht schnell gelöst werde. Nächster Schritt. In den kommenden Tagen werden zahlreiche Treffen zwischen Regierungschefs erwartet, um nach Lösungen zu suchen. Der Koalitionsausschuss trifft sich am Mittwoch zu Haushaltsfragen, die voraussichtlich bis zum 14. November abgeschlossen sein werden. Die Ergebnisse der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen könnten in naher Zukunft auch Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung der Bundesregierung haben. Auch wenn die aktuelle Lage nicht sehr positiv ist, ist Ministerpräsident Scholz dennoch zuversichtlich, dass die Koalition bis zur nächsten Bundestagswahl am 28. September 2025 weiter zusammenarbeiten wird. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit ist die Bundesregierung zu einer konstruktiven Zusammenarbeit entschlossen, diese schwierige Zeit überwinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017